Gute Dach, liebe Gemeinde und herzlich willkommen zu Papa Hamlet von Bjarne Peter Holmsen. Nee, das ist nur Quatsch. Tatsächlich haben wir das geschrieben. Arno, Holz und Johannes Schlaf. Holmsen ist unser gemeinsames Pseudonym. Diese Erzählung ist das Flaggschiff unseres neuen Literaturstils des Naturalismus. Veröffentlicht 1889. Schluss mit dem freundlichen Aufhübschen der Wirklichkeit im sogenannten poetischen Realismus. Wir zeigen jetzt nackt und ungeschminkt, wie das Leben ist. Ja, hässlich, krass, naturgetreu. Und jetzt viel Spaß. Not. Ja, vielen Dank, Not. Mit dabei sind der hochberühmte, wenigstens in seinen eigenen Augen, aber leider völlig arbeitslose Schauspieler Nils Thienwiebel, der fast mit Willie Shakespeares Hamlet verschmolzen zu sein scheint. Nein, ich bin nur verrückt bei Nord-Nord-West. Und er ist gerade Vater geworden. Rappe! Hamlet als Papa eben. Seine Frau Amalia hier hat den kleinen Fortin Brass gerade zur Welt gebracht. Sie wird auch manchmal Ophelia genannt, weil sie auch Schauspielerin ist und diese Rolle gespielt hat. Dann erwähnen wir Nils Kumpel und Zimmernachbarn Ole Nissen, seines Zeichens Maler, der, wenn er Geld hat, von der Mieze hier begleitet wird. Last but not least die Vermieterin von Thienwiebels und Nissen, nämlich Frau Rosine Wachtel. Ich hab ein anständiges Haus! Los geht's mit einem denkwürdigen Ereignis. Thienwiebel brüllt durch die dünnen Holzwände der aneinander grenzenden Zimmer. Hey Horatio! Und der Nissen ist diese sonderbare Anrede schon so gewöhnt, dass er einfach zurückbrüllt. Soll ich Skatkarten mitbringen? Nee, hier, mein kleiner Schlingel! Und dann kommt er rein und stolpert fast. Hey, wieso liegt denn hier Stroh? Ich meine, eine Badewanne rum und Amalia von hinten so. Aber Thienwiebel, sie hat den kleinen gerade erst zur Welt gebracht. Ja, ist völlig fertig, aber Papa Hamlet lebt in seiner eigenen Welt und muss denen gleich mal den Besuch zeigen. Hier, Teufelsbraten, oder? Ja, ja, ist also ein Prachtkerl, Prachtinstitut. Die Freude über diese Bestätigung seiner Manneskraft hält bei Thienwiebel jedoch nicht lange vor, denn er ist ja Schauspieler und muss natürlich im Training bleiben. Ja, ich wiederhole jetzt mal meinen Text. Sein oder nicht sein? Boah, ich kann so nicht arbeiten, es stinkt so widerlich, diese kleine Ratte da hinten hängen, die Windeln. Wenn ich mal rausgehen könnte, aber ich hab ja nur noch den Schlafrock. Der Rest seiner Klamotten ist im Pfandhaus, sie haben wirklich null Kohle. Oh, Schmach, die unwert schweigendem Verdienst erweist. Und Amalia so, ja, vielleicht musst du doch, ja, vielleicht muss ich die Rolle annehmen, die es gibt. Depressiv macht mich das. Oh Gott, du musst mal das Kind nehmen, ich muss eine inhalieren. Und dann hat er das Kind und sagt, ja, natürlich, jetzt auch noch Kinderfrau. Ich reiße Possen wie kein anderer. Still, kleine Krabbe! Und vor Schreck ist das Kind still und er guckt es sich an und sagt dann, du müsstest das Kind schon stillen, ihm die Brust geben. Natur ist doch immer am besten, nicht diese komische Kuhmilch. Ja, aber ich bin doch krank, ich bin doch schwach auf der Brust. Ach, das bildest du dir nur ein. Und zu essen haben wir auch nichts. Und das ist jetzt meine Schuld, oder was? Der anstehende Ehekrach wird von Ole unterbrochen. Sorry, da habt ihr bestimmt gerade eine Szene geprobt, ne? Ich hab einen Job. Ich darf ein Porträt malen, deswegen habe ich Geld, Butter, Schinken und natürlich gibt es auch noch was zu trinken. Und dann feiern sie ein spontanes Fest, das sind ja immer die schönsten. Ich bin so gerührt, die weint ein bisschen. Amalie raucht erstmal eine auf ihre Tuberkulose und wird von Ole befummelt. Oh, komm mal hier, ich gucke einfach weg, ne? Da haben wir was zu essen. Blöd nur, dass der Kleine wieder stört. Rabä! Boah, diese kleine Elster und dieser Kotgestank. Einige Zeit später haben die aus dem Theater in Christiana, dem heutigen Oslo, immer noch nicht geschrieben. Ja, stattdessen stehe ich hier Kunststudenten als Aktmodell. Ich! Und Amalie sagt, ich glaube, ich werde nähen. Was zu dieser Zeit ein mies bezahlter Scheißjob ist, bei dem man seine Gesundheit riskiert. Und er so, never! Und Frau Wachtel kommt rein und kümmert sich ein bisschen um den Kleinen. Ich hab Milch für das Bübilein. Haben sie dich wieder in den Korb gesteckt? Oder, oh Gott, die ist auch keine gute Mutter, die Amalie. Ja, und Teen Wiebel kann bei seinem Nachwuchs schon Anzeichen von Genie erkennen. Der hat mich angelacht. Ich bringe ihm jetzt das Sprechen bei. Ja, aber der ist doch erst ein Vierteljahr alt. Es geht allerdings weiter bergab. Ja, ich hab jetzt doch angefangen zu nähen. Sogar bei Ole, den wir jetzt nur noch bis zum Bauchnabel sehen. Ja, also es ist so, das Porträt ist beendet. Es gibt keinen Nachfolgejob. Ich muss dir jetzt meine Hose verpfänden und lieg deswegen den ganzen Tag im Bett. Ja, aber und Punkt 5 ist Besuchszeit. Da will ich inspizieren und promenieren, Horatio. Und dann steigen sie durchs Fenster aufs Dach vom Nachbarhaus, um wenigstens mal rauszukommen. Nicht wahr? Ihr seid ein Fischhändler. Bin ich verrückt oder eher? Wenn das Wahnsinn ist, so hat es doch Methode. Aber arm bin ich, armer Jorik. Das sagt er ständig. Armer Jorik. Und zurück in der Dachkammer stellt er fest, Amalie, Fortin Brass ist störrisch. Und er beugt sich so bedrohlich drüber und sie so, störrisch? Sag mal, du willst ihn doch nicht schlagen, oder? Natürlich will ich das. Leichte Züchtigung gegen Eigenwilligkeit. Und bang, klebt sie ihm eine Aua. Amalie. Wieder vergehen einige Wochen, aber Ole hatte jetzt eine prima Idee. Ich male jetzt Firmenschilder. Das ist zwar keine Kunst, aber es rentiert sich total. Und die Mieze hängt auch wieder bei mir rum. Und mit der macht er dann auch immer rum, natürlich. Und die Frau Wachtel so, boah, wilde Ehe. Das ist so unanständig. Aber wenigstens zahlt er und ich habe was zum Gucken. Interessant. Und Teen Wiebel sagt, so, jetzt haben sie mir geschrieben, die sind auf Tournee. Das macht doch kein anständiger Schauspieler, Tournee. Aber ist ihr jetzt auch völlig egal. Nissen hat mal wieder aufgetischt und wir haben was zu kauen. Und das sind natürlich hocherfreuliche Momente, wenn der Nissen, wie in diesem Falle, eine Gans für die ganze Hausgemeinschaft serviert und alle essen, bis sie ganz satt sind. Und dann schreit der Kleine natürlich wieder. Krabbe, wilde Hölle, wer isst's, des Gram so voll im Phase tönt. Ich will den Wanst ins nächste Zimmer schleppen. Aber da schnappt sich Nissens Mieze, den Kleinen, und nimmt ihn mal raus. Und sagt, ach, mein Dickerchen, willst du auch was essen? Und der Kleine so, gu, 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 so hat sich noch nie wer um mich gekümmert. Papa Hamlet ist erstaunt, Mutti ist einfach weiter. Nissen ist total gerührt über die Mütterlichkeit seiner Freundin. Und Frau Wachtel erzählt von ihrer toten Pflegetochter. Die war so ein Engel und jetzt ist sie tot. Dann wird Skat gespielt. Also die drei hier spielen Skat. Forti muss wieder in sein Bettchen und ist natürlich nicht einverstanden. Rabe, Papa verliert jetzt die Geduld und die Hamlet-Zitate. Ich schlag dich blitzeblau, du kleines Biest. Und er beugt sich wirklich drüber und schlägt das Baby. Patsch! Und dann drückt er auch noch ein Kissen auf sein Gesicht. Und jetzt tickt die hier natürlich völlig zu Recht aus. Und sagt, sag mal, der erstickt ja. Ach, Quatsch. Ole, sag was. Und er sagt, weiß ich auch nicht. Das ist die reine Bosheit von dem Kleinen. Er drückt weiter und er so, jetzt gehen wir aber, lass den alten Pavian. Und dann gehen sie und er so, Papa, raus. Aber da sind sie auch schon lange raus. Nach diesem Eklat ist alles anders. Und Frau Wachtel so, tja, der Nissen ist weg. Hat mir das Zimmer völlig farbverschmiert von seiner Schildermalerei hinterlassen, ruiniert. Und ihre Miete, die will ich jetzt auch in einer Woche, sonst fliegen sie raus. Und er so, ja, ich will ja arbeiten. Ich war sogar am Hafen, aber da gibt es ja nur Spelunken. Hicks, da hängt er jetzt immer rum und säuft. Amalie näht weiter. Ich kann nicht mehr, ich fühle mich wie eine Maschine. Und Fortinbrasschen hat rote Pusteln. Dann kommt diese Nacht. Boah, es ist eiskalt, ich muss mich jetzt ins Bett kuscheln. Forti röchelt nur noch. Da kommt besoffen Teenwiebel nach Hause. Still, du Hund. Und, hast du gepackt? Und sie so, nein, natürlich. Madame ist ja krank und nix zu essen. Rappe. Und dann auch noch dieses kleine Monster. Wenn das Balk der Teufel holte. Forti japst nach Luft. Er hat einen Anfall. Ach was, Anfall. Rein mit dem Schnuller. Nimm jetzt den Schnuller. Er drückt ihm den Schnuller rein. Er schreit gar nicht mehr. Ja, weil er tot ist. Ob Teenwiebel ihn jetzt akut umgebracht hat oder durch die Vernachlässigung, wir wissen es nicht. Acht Tage später findet ein Bäckerjunge Teenwiebel erfroren durch Suff vor dem großen Schnapsladen an der Ecke der Petrikirche. Ende. Und das, liebe Gemeinde, war Papa Hamlet von Arno Holz und Johannes Schlaf. Ja, meine Lieben, das ist harte Kost. Aber was wollen wir meckern? Die Figuren in Papa Hamlet haben es ja auch nicht leicht. Wichtig vorweg. Manche Ereignisse werden im Text einfach nicht erzählt, sondern wir müssen sie uns erschließen, zusammenreimen aus dem Kontext, was da gerade passiert. Dazu gehört zum Beispiel, dass Amalia am Anfang des Textes im ersten Kapitel den jungen Fortin Brass zur Welt gebracht hat und dass er am Ende stirbt. Es wird beides nicht gesagt und trotzdem ergibt der Text nur so Sinn. Ich sage das, weil meine Inhaltsangabe insofern schon eine Deutung, eine Interpretation darstellt. Dieser Text besteht zu gefühlten 80 Prozent aus Hamlet-Zitaten. Die stammen natürlich aus der Übersetzung von August Wilhelm von Schlegel, hier Reklamausgabe und so. Das war damals der Goldstandard der Shakespeare-Übersetzungen. Und der englische Dichter galt deswegen neben Goethe und Schiller eigentlich auch als der dritte Klassiker. Allerdings sind diese Hamlet-Fetzen wild und munter von unterschiedlichen Stellen des Originals zusammenmontiert. Insofern schon schwierig zu verstehen, selbst wenn man Shakespeare ganz gut kennt. Dann kommt da auch noch diese komplizierte, altertümliche Sprache dazu. Und was das Ganze dann auch noch in der merkwürdig verschrobenen Welt des großen Schauspielers Teenwiebel bedeuten soll, das ist für die heutige Leserin oft kryptisch, vor allem, weil uns diese Lebenswirklichkeit des Prekariats im 19. Jahrhundert so fremd ist. Dieser Text geht keine Kompromisse ein. Er macht keine Gefangenen. Dadurch, dass Teenwiebel zu Beginn ständig seine Hamlet-Brille aufhat und sich quasi wie beim Method-Acting ständig in seiner Figur bewegt, wird die Besessenheit des Schauspielers deutlich, wie verzweifelt er sich an seine Künstleridentität klammert, obwohl er von einem neuen Engagement meilenweit entfernt ist. Es wird auch deutlich, wie unglaublich schwierig es für die Menschen um ihn herum ist, mit ihm auszukommen. Gegen Ende fällt er aus der Rolle. Es gibt kaum noch Zitate. Nach dem Leben entgleitet ihm dann auch noch die Kunst. Interessant ist übrigens der merkwürdige, völlig überdrehte Sarkasmus des Erzählers, der oft mit Teenwiebels Stimme zu sprechen scheint. Etwa im letzten Absatz des Textes. Lirum larum. Das Leben ist brutal, Amalie. Verlass dich drauf. Aber es war ja alles egal. So oder so. Das ist doch interessant, weil es alles andere als objektiv ist, wie dieser Erzähler spricht. Es zeigt folgendes. Naturalismus bei Holz und Schlaf bedeutet nicht unparteiisch, die Wirklichkeit abzubilden, sondern emotional und aufwühlend. Das nimmt schon viel vom Expressionismus vorweg. Soziale Verwahrlosung, Abrutschen ins Elend, eine Identitätskrise und dann auch noch diese Künstlerideologie, durch die Teenwiebels Ego größer ist als seine Liebe oder wenigstens Fürsorge für sein Kind. Wir kennen diese Phänomene heute so gut wie vor 130 Jahren. Der Text ist sperrig, keine Frage, aber es lohnt sich zweifellos, der Frage nachzugehen. Wann kippt Egoismus ins Asoziale? So viel zu diesem Text. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es, liked es, abonniert mich. Wenn ihr Lust auf noch mehr Weltliteratur-Content habt, und zwar ganz exklusiv, gibt es nicht einfach bei YouTube, dann guckt doch mal die Weltliteratur-Community auf Steady an. Macht doch mal einen Probemonat, vielleicht kostet nichts, ganz kostenlos. Es gibt zum Beispiel Let's Reads oder einen monatlichen Hangout mit mir. Liebe Grüße, lest was Schönes und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Let's Reads